es willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Resident Evil 6 die Stattung der Kathedrale zu kommen vor Ort die Welt das war schon mit bewaffneten Dinger zu tun zum Feuerwehrmännern hei Vorsicht alter Vater oh das sind Menschen die können nichts tun können einfach nichts tun das wird auf alles geschossen was sich bewegt nice ja es ist einfach komm John Flo los wow alter drehen sie aber durch doch Zeit verschwenden zack das ich bin nicht effektiv Aua danke wer schießt denn da? jetzt kommen die er ist der Feuer komm komm ähm das ist ne schlechte Idee 4 hoch wir müssen aber hinter uns sind auch noch welche aber egal ach du scheiße sind das viele und eb kommst du rüber? nein 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 aus mich boah hast du gekauft ja bist auch noch rüber hebsala na du ja lüge roll gehl will ich da runter? ich will da runter weiter gehts boah ach du scheiße da ja der kannst du nur ein Ding schießen nee auch nicht am Kopf du musst an die Beine schießen oh oh wir müssen hier weg komm wir müssen hier weg oh Hilfe oh nein du Mistvieh Vorsicht 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 hopp da hopp da hopp da hopp da komm zu mir 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 ja ja genau das interessierte nicht ja mein Kraut oh geil super und das sucht die gar nicht weil die alle über die Rüstung haben das tut das so geil ohne Tropfen ne das ist echt keiner ich kann ja auch keine geben ne egal ich hab das schon ich weiß es ja durch Alan Wake da ist äh ja ja ok komm lass uns weiter durch die Gasse gehen lass uns so gut wie jeden zombiekontakt vermeiden weil es gibt sowieso keinen Erfahrungspunkt ja Munition gibt es eh nur durch äh Kisten geh mir mal deinen Axt zack kriegst du erstmal ins Gesicht na so weiter geht's warte 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 da ist Licht so ein Feuerwehrmann wieder ne irgend so ein Typ wow was haben wir hier unten? hier unten haben wir Kisten geil Erfahrungstropse hier brauche ich deine Hilfe ich komme ich bin zu schwach arme Lady mach tausende zogen mich platt aber krieg das nicht geschoben ja kann man ja verstehen ne ja wie zu oh wie wir müssen ja runter ne hier hoch aber warum schießt du auf mich? komm steh auf ich bin tot komm hoch stell mich jetzt tot dann fall ich nicht auf aber jetzt hier runter nein wow Alter hier trete ja die ganze Stadt durch würdest du nicht so wow Alter geht's dir gut? ja ok ab jetzt gesehen wo habe ich denn jetzt gewusst dass wir da langen müssen Glück na gute Idee drinnen ist es auf jeden Fall sicherer für sie als draußen vielleicht können wir sogar ganz verschnaufen ich hab gesagt wir müssen uns beeilen ok lass uns mal hier oben sehen dann lass erstmal Billard spielen komm Billard? alles klar du nimmst die vollen und du nimmst die halben alles klar boah die sind aber ekelhaft texturiert lieber na letztes abend mal du arme Sau was haben wir denn hier? wir haben hier nichts oh oh was habe ich denn da aufgesammelt? uh noch einen Drop geil jetzt hab ich wieder drei Leben und du stehst da auf komm ne ich sterbe erstmal drauf hallo hallo aber die Atmosphäre ist schon geil ne? kann man nicht anders sagen wow was willst du denn? bist du echt oh ein Kraut hebe ich jetzt mal auf deine Pistole meine 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 ich will die haben die Waffe siehst du das auf der Karte? ja ich will die haben da kann man nicht hin und zwar erst hier durch nein weil ich kann ihn nicht sehen weil ich wie gesagt die Waffe schon hab komm guck mal Fernseher oh guck mal den Mund an in welchen Umstände noch ungeklärt sind hast du das gesehen? kannst du doch nicht mal auf den Fernseher schießen lol lol die zwei sind eingeschlafen und der guckt weiter sehr gut machst du das weitermachen ich steh nicht auf alles klar das ist ja ein Brenn lass die Zombies bloß in Ruhe da draußen ok also abschießen na stehst du auf mein Freund ne untersuchen verschlossen sehr doof aber finde den Schlüssel ähm nein ich glaube nicht viel Spaß du darfst gerne ich darf? ja du darfst ok das heißt fernseher jetzt das ist äh unsterblich der Fernseher ok du darfst bitte danke du darfst bitte danke waaah in die Hand geportet mhm 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 äh da hast du hinter mir oder? wo denn der? wo denn der? das ist ja total für Aua hat er tropf fallen lassen? nein ne gut können wir jetzt zumindest durch die Tür immerhin und dann krieg ich die Waffe ja pass auf steh auf komm dann nicht leg dich halt so rum der ist halt mal müde ne sobald die Tür auf geht kommt der der kommt schon früher Waffe ja ne neue Schrotflanta ne neue Schrotflanta ne neue Schrotflanta ach du scheiße häh nein der wird gefressen siehst du oh sorry Aua das kriegste zu hallo hallo lass sie lassen wir sie ich bin mal gespannt ob da auch irgendwann weg ist scheint sie zu schmecken da verändert sich nichts kann das sein naja jetzt lassen wir die mal essen oh nein nicht die was ist das? das sind so Schreihälser die musst du umbringen wenn die so sind genau so wenn die da diese wenn die ihre Blase da so entfalten dann musst du die umbringen aber du darfst dann wenn das wenn das Ding platzt darfst du nicht neben den stehen verfolgt den einfach ich hab mal einen weggenommen scheiß auf die wir müssen diesen Typen da Aua 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 tot der gibt 10.000 erfahrungspunkte Joll hast den Kopf gesehen gerade Aua hier hängt jemand an der Decke die arme Sau hast du doch da oben hängen man Aua 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 ganz viel Muni hier aber keine Drops zum Naschen BAM eine so komische Erfahrung ich brauche Leben schlimm ne? ja kenn ich irgendwer ach ich hab sogar noch einen Trap drin damit drin damit so verschlossen von der anderen Seite könnten wir sie öffnen meinen sie Leon bringt sie da irgendwie rüber? nein nein he 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 ich hab einen Schatz gefunden benutze sie Fertigkeitspunkte um Fähigkeiten zu kommen vex neue nein da soll er nicht ich muss leider steht in der Welt Vertrachtung zu wem zu bekommen der die Zoll ist zu dir oder zu erzeugen würde ich sagen gehört der Gelders besser kann das Spiel gar nicht bis aufs Leben in die Welt daran der vierte Teil du bist du eigentlich ich kann jetzt die tür aufmachen ist offen und durch moin ich bin der neue ich komme jetzt öfter so du hast die ehre ich habe mir noch die erfahrung strupps macht das munition weiter geht's Tomatoketschup Tomatoketschup und Yellow Mustard eine Trophäe was ist eine gefunden kommst du ich komme los wir müssen helfen was ist das was ist das ein Handy was mach ich damit kann ich mit dem Handy machen er war lieber hier zu helfen nein eliminieren sie alle Feinde auf jeden Fall den Spuker wo sie wussten ich habe das noch irgendwo einer Alter was aber auch ab sie sind wer sagt vor allem der Krankenwagen ich habe es für der Tankstelle fährt ich hätte ich glaube das hätte ich hier früher sagen müssen das nicht ich bin ich bin der Krankenwagen zu stück zu weit gefahren er auch jetzt geht das mal wieder auf den Fetten ich habe es stumm gewehrt meine eine Frau jetzt weg der Weg der Weg der Kopf weg 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 warte warte kann man das zu weit ausgenommen du wirst du von denen Loll guck dir mal die Polizisten in die da schießen sie das mal an die schießen einfach mal durch die durch wie machen die das ach da hinten alter guck mal aus ja 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 danke habe ich jetzt gemacht haha mir geht es gut hey ich habe volles Leben wo kommt das denn her wo sind die anderen hin hä ich peile das grad natürlich na gut Ladevorgang erstmal musst du nicht hey hey ist hier jemand was sollen wir hier Partwechsel machen 16 Minuten können wir machen er hat gespeichert das heißt ab hier können wir und das nächste Mal weitermachen wenn wir jetzt ausmachen alles klar das war die Aufnahmesession hier von Resident Evil 6 vielen Dank fürs zu sehen bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal tschüss tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal